So wir bauen einen Mini Sender, da brauchen wir erstmal einen Transistor mit einer hohen Verstärkung hier um die 500, das ist ein BC547C und der müsste auch bis gut 100 MHz gehen. Dazu brauchen wir noch zwei Kondensatoren, zwei Grammik Kondensatoren, einen 33Pi und einen 5,6Pi, dann noch Widerstände, zwei 10 Kiloohm Widerstände, einen 47 Ohm Widerstand und einen kleinen Kondensator, der hat jetzt 68n, also 68 Nanofarad, dazu brauchen wir noch Draht, Zinn und eine Kondensatormikrofon Kapsel. Erstmal löten wir einen Emitter und Kollektor vom Transistor, den 5,6Pi Kondensator, dann kommt an den Emitter des Transistors der 47 Ohm Widerstand. Zwischen dem anderen Ende des Emitter Widerstandes und der Basis des Transistors löten wir den 68n Kondensator, an den Kollektor kommt der 33Pi, an den kommen die zwei 10 Kiloohm Widerstände ran, jeweils so zusammen, das obere mal abgeknipst und das Endepunkt kommt auf Basis. Dann nehmen wir den Draht und wickeln ihn 5 mal um den Schraubenzieher, knipsen ihn ab und ziehen ihn minimal auseinander. Den löten wir jetzt parallel zum 33Pi an beiden Enden auf den 33Pi. Dann löten wir jetzt den Minuspol des Alkos an den 68n auf der Seite wo er nicht zum Transistor zeigt, also wo er nicht am Transistor angeschlossen ist und den Pluspol an der Seite wo der 33Pi nicht mit dem Transistor verbunden ist. Da ist er verbunden, da ist er nicht verbunden. Dann kommt die Mikrofonkapsel, da haben wir zwei Pins, einer ist mit Masse verbunden mit dem Gehäuse, der hier, der ist Minus und der wo nicht mit dem Gehäuse verbunden ist, der ist Plus. Die Mikrofonkapsel löten wir parallel zum 68n Kondensator und zwar Minus da wo auch vom Kondensator Minus angeschlossen ist und Plus am anderen Pin ist 68n. Jetzt am Kondensator nur noch einen Batterieclip anklemmen und das Ganze müsste fertig sein. Dann mal testen. Es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen und zwar den 47 Ohm tauschen durch einen 470 Ohm sonst schwenkt die Schaltung nicht und den 68n tauschen durch einen 3,3n dann werden die Höhen ein bisschen besser übertragen. So und wenn wir jetzt an die Schaltung den Oszilloskopthaskopf nur in die Nähe legen, dann sind wir am Oszillas hier 96,43 MHz, mit der Spule durch auseinander drücken, also auseinander ziehen und zusammen drücken kann man die Frequenz einstellen, wenn ich die jetzt ein bisschen so wie hier auseinander gezogen habe dann haben wir hier schon 102,6 MHz, wenn ich jetzt auf dem Scanner 102,6 MHz einstelle empfange ich das Ganze und wenn ich etwas sage dann müsste man es auch hören wenn ich da lauter mache, ja, 1, 2, 3, ja, ja, 1, 2, 3, 4, da gibt es schon fast Rückkopplung. Wenn man mag kann man an der Spule noch eine kleine Antenne befestigen dann sendet das ganze Ding etwas weiter aber so mit 9 Volt Block 470 Ohm Widerstand am Emitter sendet das Ganze schon Ja gut, einmal 2 Kilometer Ja gut, 1 bis 2 Kilometer